Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal Asreiter. Ihr seid in Folge Nummer 10 von Simutrans mit dem Comic Park. Wir waren hier in Erlangen letztes Mal, haben hier ein bisschen gebaut, bis zur Burg fahren und so weiter und so fort. Guckt, ob das mit der Marge so einigermaßen, mit dem Einnahmen so einigermaßen passt. Der fährt auf jeden Fall Gewinn zur Zeit ein. Gucken, ob die Marge gut ist, machen wir in der nächsten Folge. Äh, nicht in der nächsten Folge, das können wir da sicherlich auch machen. Nein, machen wir in einem Intro, würde ich sagen. Wir sehen uns gleich. So, also er macht hier 69 gerade. Hier stehen schon drei, das ist schon mal gut. Wie viel er ist hier gewesen? Da stehen auch schon drei, das ist auch gut. Das heißt, eigentlich müsste das hier was werden. Wir hatten ja die anderen Sachen, glaube ich, noch geguckt, aber das war alles zu weit weg. In Enden hatte da jetzt keine Burg in der Nähe. Diese Kirche ist ein bisschen weit weg. Und wir müssen mal schauen, wieso sich das auf der Karte hier ergibt. Erlangen waren wir gerade. Lippstadt war auch geklärt, glaube ich. Da ist auch eine Kirche, aber das geht auch nicht. Schwandorf, das gleiche in grün, funktioniert auch nicht. Willensdorf haben wir hier. Da haben wir eine Burg, da müsste man einen längeren, weiteren Weg machen. Weil Brücke gab es ja noch nicht, oder wie war das? So weit ist es auch nicht. Sollten wir es versuchen, aber das bedeutet wieder ein Dingens. Wie heißt das? Ein, na sag schon. Wieder ein Depot, was wir kaufen müssen für teuer Geld. Weiß ich nicht, ne? Auf der anderen Seite, was haben wir zu verlieren? Wir haben erstmal 4,2 Millionen. Wir müssen nur reingucken, ob sich das ausgeht. So, 25. Warte mal, das wäre hier. Das heißt, ja doch, wir müssen direkt dran sein, damit wir das abdecken. Gut. Dann machen wir das bis dahin. Und das sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? Depot würde ich jetzt hier tatsächlich hin machen wollen. Machen wir da hin. Dann noch 2 Bushaltestellen dazu. Ja, deckt ab. Jetzt wäre hier noch zu überlegen. Das wäre so. Das wäre so. Das wäre so. Wenn ich jetzt hier bin, dann ist das die Abdeckung. Das ist die Abdeckung. Das ist die Abdeckung. Bushaltestelle wäre da. Würde ja auch gehen. Das Rathaus ist noch abgedeckt. Zack. Passt. Machen wir so. So, dann haben wir das soweit geklärt. Dann kann das zu. Wir gehen hier hin. Und setzen dann eine Pferdekutsche da drauf. Die schnelleren natürlich. Und da auch das schnellere Fahrzeug. Machen dann den Fahrplan. Nicht einen eigenen, sondern eine Linie. Die von da nach da geht. Und das wäre es schon. Das Ganze heißt dann nur. Regionalbus Willensdorf. Heißt das so? Willensdorf? Willensdorf. Ist das ein B oder ein V? Ist ein B. Und ich habe es mit V geschrieben. Okay. Willensdorf. Ich weiß überhaupt nicht, wo das liegt. Wenn das einer weiß, kann das mal in den Kommentaren schreiben. Fände ich ganz cool. Und das ist Willensdorf Burg. Und Schuss. Und das. Nichts. Eigener Fahrplan. Achso, das ist das Depot, glaube ich, oder? Ah, da. Willensdorf ist hier unten. Und starten. So, jetzt kommen die Pferdchen da raus. Genau so ist es. Bewegen sich schon. Alles ist gut. Jetzt müssen wir hier gucken. Da ist niemand. Und da ist natürlich auch niemand. Okay. Wir gucken aber gerade weiter. Hier in Ettlingen waren wir ja schon unterwegs. Und wie sieht es da aus? Da ist gerade eine Kutsche ankommend. Lädt auf. Es bleiben noch neun Passagiere da. Hier ist keine Kutsche gerade. Die anderen sind gerade weggefahren. Wie sieht es hier dafür aus? 13 Passagiere, aber nur 10 nach Ettlingen. Aber die zwei Kutschen reichen dafür. Okay, das können wir so lassen, denke ich. Und das andere waren drei Passagiere nach Willig. Die kommen auch in die Richtung an. Und drei fahren in die Richtung. Das ist erstmal okay, glaube ich. Hier sieht es wie aus. Zwölf Passagiere. Und es sind aber drei Kutschen unterwegs. Das sollte also da passend sein. Ettlingen können wir hier schließen. Hier sind noch keine Fahrgäste zu sehen da oben. Und hier unten hatten wir noch Bayreuth, ne? Aber in Bayreuth ist jetzt nichts in der Nähe. Doch hier unten wäre noch... Ah ne, Burg ist dann da leider auf dem anderen Eck. Hier wäre nur die Kirche. Okay. Ja, das ist jetzt eine gute Frage, ne? Willst du jetzt hier... Bayreuth wäre ja tatsächlich nicht ganz weit weg von Zwischenbrücken. Äh, Zweibrücken. Nicht Zwischenbrücken, Zweibrücken. Und hier müsste man ja auch dann schon dahin anschließen, ne? Weil das würde sich ja auch lohnen, ne? Oder? Und dann könnte man über die Kirche und mit einem Schifflein hier rüber. Und dann hätte man Bayreuth da angeschlossen, ne? Gibt es denn hier noch irgendwo was in der Richtung? Ne, da gibt es keine Kirche. Aber die haben ja nicht so viele Fahrgäste, ne? 29 ist das Aufkommen. Bei der Burg ist das, glaube ich, dreistellig, oder? Ja, 296. Das ist eine Hausnummer, ne? Hm. Weiß ich jetzt auch noch nicht. Lass uns mal nochmal in die Karte gucken hier unten, was dies und sonst noch so verrät. Ja, den Rest der Königsbrunnen sind angeschlossen. Friedrichsdorf war dann da noch. Was aber keine Kirche in irgendeiner Form da hat. Ne. Friedrichsdorf ist aber nicht ganz weit weg von Bad Mergentheim. Hm. Weiß ich jetzt auch noch nicht. Hier schon Fahrgäste? Ne. Hier Fahrgäste? Ne. Aber ich glaube, der muss auch einmal da gewesen sein, ne? Aber ich glaube, der ist schon einmal da gewesen bei dem hier, ne? Oder? Ist der gleich noch da gefahren? Könnte natürlich auch sein. Weiß ich jetzt nicht. Ist aber jetzt nicht schlimm. Der fährt erstmal. Lass mal gerade noch meinen Erlangen reingucken. Ist er mittlerweile da angekommen? Ich glaube, er ist schon wieder hin und her gefahren. 102, okay. Da sind Einnahmen auf jeden Fall da. Hier waren sie ja gerade. Da ist keiner. Und wie ist es auf der anderen Seite? Da ist auch keiner. Aber das wird schon werden, denke ich mal. Ich mache mir da keine Sorgen drum. So, nächster Punkt wäre die. Ich würde Eddingen gerne dann mit dem Festland in Anführungsstrichen anschließen. Warte mal. Machen wir mal so hier. Dann sehen wir da bestimmt auch, wenn da was kommt. Das ist nur die Frage, wo schließt es an, ne? Achim ist zu weit im Norden, glaube ich. Lüneburg war das, ne? Lüneburg-Rathaus, ja. Hier müssten wir so da einen Hafen anlegen. So, sollten wir das machen, das ist die Frage. Was macht denn unsere Bilanz? Oh, 8,17. Welchen Tag haben wir? 28. Die ist ein bisschen runtergegangen, weiß ich. Auf jeden Fall. Wir hatten, glaube ich, zuletzt zweistellig die Monate da, ne? Hier, die Marge. Das war jetzt hier 14,11. Und wir sind jetzt hier bei 8. Eigentlich müssen wir jetzt mal gerade schneller laufen lassen, um zu gucken, wie sich der Monat noch ausgeht. Jetzt haben wir den 29., okay. Ja, wir kommen da auch zu 11%. 12,13. So, jetzt geht gleich der 14. Monat. Das ist ein bisschen runtergegangen. Vielleicht hat das da oben mit Ettlingen zu tun, äh, mit Ettlingen, mit Erlangen zu tun, weiß ich nicht. So, jetzt ist gleich Uhrzeit passend. So, was hatten wir hier? 14,58 und hier auch 14,58. Hat sich also nichts geändert, obwohl wir was gebastelt haben. Weiß nicht, ob das hier mit reingeht, aber das ist eine coole Zahl hier, ne? 3,8 Millionen Miese oder was sind das? Sieht so aus, ne? Ja, dieser Monat ist jetzt entscheidend zu wissen, ob diese zwei Ringens da, äh, uns was bringen. Aber es macht jetzt eigentlich keinen Sinn, noch was zu bauen, weil wir dann auch wieder nicht wissen, ob da abgeholt wird oder nicht. Auf der anderen Seite, wer nicht expandiert, der bleibt. Und wer bleibt, der ist nachher raus aus dem Rennen, ne? Oder wie war das? 30. Wo ist der zweite? Der muss ja jetzt hier gleich entgegenkommen, ne? Da ist er auch. 39, okay. Aber die fahren ja gut Geld ein, ne? Der hatte jetzt hier über 100.000 und der hier über 37.000. Das läuft eigentlich bei denen, ne? Hm. Die Frage, was wir da machen. Hier unten kommen noch keine Fahrgäste. Ja, gute Frage. Nächste Frage. Wir bestehen hier so. 81 Passage warten. 48 wollen nach zwei Brücken. Das sind schon reichlich, die da in die Richtung nach Gütersloh müssen. 9, das ist 57, sind das dann. Plus die 8 sind 65. Plus die 6. 65 plus 6 ist, ne? 71. Jena ist auch da hinten. Also nochmal 10 in die gleiche Richtung. Nach hier in Runterbüll, äh, doch, ne, zwei Brücken war hier unten, sorry. Ja, zwei Brücken ist da unten, das ist was anderes. Dann sind es noch nicht so viele darunter. Dann geht's noch. Denkste. Ja, jetzt müssen wir überlegen, was wir tun. Wir könnten natürlich sagen, wir machen jetzt hier die Verbindung zu Burg. Von der Burg gehen wir rüber mit dem Schifflein hier auf die Kirche und von der Kirche gehen wir nach Bayreuth. Hä? Wäre das was? Das hier ist wahrscheinlich auch die schmalste Stelle übers Wasser, ne? Das andere ist ja alles richtig breit, ne? Ja. Ich glaube, das machen wir. Wir machen hier eine Fähre. Erstmal machen wir die Burg. Die schließen wir ja in zwei Brücken an. Äh, das. Von da nach da. Ja, okay, er möchte unbedingt da hoch. Dann soll er das tun. Das sieht jetzt schon mal ganz gut aus, oder? Ja. Machen da eine Bushaltestelle hin. Ja. Und die ist ja schon, die brauchen wir nicht machen. Dann können wir da jetzt erstmal, äh, ja, lass uns das schon mal anschließen mit einem Stadtbus. Oder? Ist ja auch, ne, ist schon mehr ein Regionalbus, ne? Warte, bevor wir das machen, können wir auch gleich hier schauen. Lass uns den Hafen nehmen. Lass uns gucken, dass wir hier was anbauen. Okay, der geht sowieso daneben her. Dann machen wir den da hin. Dann haben wir das schon mal in der Hinsicht. Jetzt gibt's ein Schifftdepot. Keine Ahnung, was da der Unterschied ist. Ich baue es aber einfach mal hier hin, weil ich es kann. Da geht's nicht, ne? Na ja, es muss im Wasser sein. Okay. Wir haben das soweit geregelt. Holen uns da jetzt ein Schifflein raus. Das ist jetzt hier das, äh, 16-Personen-Schiff. Kriegt jetzt einen Fahrplan. Kriegt jetzt einen eigenen Fahrplan. Und das ist jetzt Motorschiff, obwohl es noch ein Sägelschiff ist. Bei Reut. Das war zwei Brücken. So, zwei Brücken. Ein Schuss, das passt. Und dann... Ne, davor müssen wir. Den halt hinzugefügt. Und den halt hinzugefügt. Dann... ist das fertig. Hier steht er wieder auf eigenen Fahrplan. Keine Ahnung, warum. Aber er soll ja den nehmen. So, Schifflein fährt. Noch nicht, aber jetzt. So, das ist erstmal gut. Jetzt müssten wir schnellstens hier diese Linie aufrechterhalten. Da schnell einen hin. Und da drüben machen wir das gleiche in grün. Okay, da muss eine Straße erstmal hin, ne? Die können wir erstmal so gerade ziehen. Und dann machen wir hier hin. Oh, besser wäre da gewesen, ne? Nein, machen wir so. Abdeckung ist so. Abdeckung ist so. Ja, passt. Und hier ist jetzt keine Kutsche sozusagen drauf. Machen wir so. Anschließen. Passt. Depot muss jetzt da irgendwo hin. Ach so, da müssen wir noch ein kleines Gästchen abzweigen machen. Ich glaube, das ist schlecht, wenn wir das so machen. Warte mal, das wäre da. Ne, können wir hier hin machen. Und setzen da das Depot schnell hin. Da die Haltestelle hin. Die haben wir da, ne? Ja, dann sind wir da erstmal fertig, glaube ich. Können hier jetzt das Fahrzeug auswählen. Doppelgesponnen mit großer Kutsche. Machen dann den Fahrplan. Wieder einen eigenen Fahrplan. Versteht sowieso keiner, wie das hier funktioniert. Fertig jetzt beinahe gesagt. Und das ist der Regionalbus bei Reut. Kirche. Ja, Kirche. Hafen. Schuss. Und dann fährt er von da nach da nach da. Und dann wieder nach da. Ja, und das passt dann. Ja, fertig. Er hat jetzt hier wieder keinen eigenen Fahrplan genommen. Das kannst du knicken. Ich weiß nicht, warum er da jetzt sich da nicht das auswählt, sondern ich das muss hier irgendwo machen. Und starten wir den. So, jetzt müssen wir gucken. Verlässt den Hafen, äh, das Depot. Und jetzt müssen wir auf der anderen Seite natürlich das Gleiche noch machen. Mit einer weiteren Linie. Jetzt haben wir da oben natürlich das Depot irgendwo. Ne, das war es nicht. LKW 2er, 2er, Fahrplan, Fahrplan zur Linie erstatten, äh, bauen wir jetzt. Da, nach da, nach da, nach da, nach da. Dann kriegt er jetzt hier den Namen. Regionalbus, 2, Brücken, Burg, Hafen, Schuss. So, jetzt habe ich das alles richtig. Aber wie ich jetzt hier die Dinge hinkriege, ne? Dass der den hier genommen hätte, das weiß ich nicht. Wenn ich jetzt hier wieder klicke, dann passt das wieder nicht. Ich hätte hier wahrscheinlich erst hinzufügen müssen, dass das funktioniert, ne? Kann das sein? Wahrscheinlich. So, Bayreuth, Kirche, Hafen. Ist falsch. Wir brauchen zwei Brücken, Burg, Hafen. Ja, ich sehe schon, da ist schon wieder ein Dingens der Leerzeile zu wenig drin. Kann man so hier nicht wohl ändern. Jetzt ist der unterwegs. Das Schifflein fährt schon mal hier, aber wird wahrscheinlich niemanden haben. Das kann ja auch nicht funktionieren, weil ja niemand angeliefert wird. Jetzt ist die Frage, ob hier schon jemand fährt. Achso, der ist da unten unterwegs. Naja. Es könnte hier schon jemand stehen, ne? Tut's aber nicht. Es könnte da oben schon jemand stehen. Tut's auch nicht. Gut. Es könnte hier niemand stehen, weil noch keiner hingefahren ist. Aber hier könnte schon jemand stehen. Nein, tut's auch nicht. Möchte denn hier jemand schon zur Burghafen fahren? Nein, alle fahren nach Lüneburg erst mal. Gut. Das heißt, wir machen das erst mal alles zu. Das auch. Das auch. Das auch. Das können wir alles gleich nochmal machen. So, jetzt sind wir hier bei welcher Burg? In Willensdorf. Da gibt es drei Passagiere. Das ist schon mal gut. Hat er auch schon welche geladen? Ja, hat er auch. Das bedeutet, hier geht was. Achso, das muss irgendwo offen sein. Ist das der? Das ist der. Da steht aber jetzt keiner. Ist klar, weil die drei da drin sind. Aber es sieht danach aus, dass das hier auf jeden Fall auch läuft. Schauen wir mal nach Erlangen gerade. Hier stehen schon sechse. Der ist aber gerade weggefahren. Das ist schon mal schlecht. Hier stehen sogar zwölfe. Das ist auch schlecht. Und er ist hoffentlich voll. Das ist richtig. Das bedeutet schon hier zweite Kutsche da ganz schnell hin, weil das rentiert sich ja dann schon, oder? Fahrplan ist Erlangen, Erlangenburg. Und starten, weil irgendwie muss es sich ja rechnen. Und das tut sich nur, wenn die Passagiere da hin und her transportiert werden. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so, wie ich mir das vorstelle. Also Erlangen-Rathaus ist das richtige Fahrziel. Passt, weil da stehen ja schon sechse. Die sind dann abgeholt. Und dann wollen wir hoffen, dass sich das auf Dauer ausgeht. Weil hier stehen ja sogar schon zwölf. Das heißt, das müsste eigentlich alles erstmal da schon mal gut klappen. So, das haben wir. Willensdorf hat mal geguckt. Wir stehen hier an der Haltestelle. Drei. Und an der Haltestelle schon mittlerweile. Nein, da steht noch keiner. Also hier ist ein bisschen Mauer. Liegt aber auch daran, dass er vielleicht so weit fahren muss. Das weiß ich jetzt nicht. Dann haben wir hier unten die Bayreuth-Geschichte noch. Okay, der ist jetzt noch nicht angekommen. Dann gehe ich auch davon aus, dass da noch niemand stehen wird. Genauso wie da. Stopp, das war knapp daneben. Ah, da stehen doch schon drei. Passagiere über Bayreuth-Waldhafen. Ah, die wollen schon weiterfahren. Kann man das jetzt gerade sehen, wo die hinwollen? Nach zwei Brücken wollen die hin zu Burg und über Bayreuth-Waldhafen. Okay, das ist ja auch schon mal gut, wenn die schon alleine nur zur Burg wollen. Das ist schon mal gut. Schiffchen, da wird nichts drin sein. Das geht nämlich nicht, weil die Kutsche für hier ja noch gar nicht da ist. Ist hier denn schon mal ein Fahrgast, der jetzt zur Burg will? Nein, noch nicht. Das liegt ein bisschen daran, dass das ja auch noch nicht funktioniert. Aber hier gibt es drei, die nach Bayreuth wollen. Das heißt, das funktioniert schon mal. Okay, das wird angenommen. Das heißt, die Ferngeschichte hier wird dann auf Dauer auch klappen, denke ich mal. Gut, dann haben wir das erstmal. Ich würde sagen, wir machen hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir würden mich freuen, wenn ihr es nächstes Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keiner überhaupt macht, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr damit, wer ihr das nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.